Monke. Mein Führer. Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer. Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. Mein Führer. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Mein Führer. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Mein Führer. 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 Mein Führer, mein Führer. Das war ein Befehl! Der Angriff Stein, das war ein Befehl! Mein Führer, haben Sie noch zwei Fälle an Ihrem Befehl? Ich glaube! Mein Führer, ich habe mich klar genug ausgetrutscht!